Alles Gute auf deinem Weg. Danke. Schau. Ring, Spinnrad und Haspel werden dir helfen, den richtigen Mann zu finden. Mit dem Ring gibst du ihm ein Versprechen. Mit dem Spinnrädchen spinnst du feine Fäden, die euch miteinander verbinden. Und mit dem goldenen Haspelchen wickelst du schließlich die Fäden fein auf. Es ist kein Tier, Majestät, es ist ein Mädchen. Dann bindet es und nehmt es mit. Nein, nicht. Sie soll in der Küche helfen. Mathis, darf ich ein wenig hinaufgehen und ihn festzusehen? Aber in einer halben Stunde bist du wieder hier. Wer ist das? So schön haben meine Augen noch keine gesehen. Darf ich bitten? Wartet! Dann bin ich zurück. Mir war, als hätte ich sie anderswo schon gesehen, als wären wir schon längst miteinander bekannt. Was ist mit der Suppe? Ich habe noch niemals eine so gute Suppe gegessen. So ist das, wenn man verliebt ist. Woher hast du den Ring, der in der Suppe lag? Von dem Ring weiß ich nichts. Schön, 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 schön. So gut ist das, hier die Suppe. Ich bin nicht so gut.